Ein Stück gut stellen sich darunter einfach Palette vor, Material, das von A nach B geliefert wird. Egal zu welcher Uhrzeit, die Firma Emileca schaut darauf, dass man auch ja den Termin einhalten kann. Sei es auch am Morgen um 7 Uhr, sei es im Wallis unten, sei es im Tessin. Und es ist auch schön, dass man es umsetzen kann, damit heute bestellt, morgen geliefert wird. Klar ist ein gewisser Druck da, aber jeder Chauffeur weiss, mit dem Druck zu umgehen. Über die verschiedenen Standorten haben wir viel Lagerkapazität, wo man Palette einlagern könnte. Falls ein Kunde das erst in einem Monat oder so braucht, dann ist das bei uns im Lager. Ja, kommst du runter? Das Arbeitsklima von Emileca ist sicher etwas Spezielles. Es ist ein Familienbetrieb, der in der dritten Generation geführt wird. Die Aufnahme ist eher so freundschaftlich. Jeder möchte etwas helfen, bietet daran. Ich verbringe mehr Zeit im Lastwagen als zu Hause in der Wohnung. Und dadurch sage ich zum Sommer, ich möchte mich auch wohlfühlen. Ich könnte gar nicht im Büro arbeiten. Für das habe ich einfach nicht gemacht. Von mir aus gehöre ich auf die Strasse. Und das ist mein Traumjob. Die Industriekunden sind meist grosse Kunde, breite Strassen, viel Platz, genug Platz. Und bei den Privatkunden Gässen oder ganz schmale Strassen. Die Herausforderung ist immer gut. Ich bin auch ein Typ, der immer neue Herausforderungen sucht. Nicht einfach immer der reingeste Weg. Ja, es tut sicher gut. Wenn man sich nach einem langen Fahrer auch mal bewegen kann und körperlich anstrengen kann. Was Emil Ecker sicher extrem gut kann, ist die Zusammenarbeit zwischen den Kranarbeiten und den Stückgutschauffeuren. Und da ist die Zeit einsparnis, wo sicher auch den Kunden Freude hat. Als wenn man zuerst den Antler finden muss beim Abnehmen. Als Chauffeur hat man ja immer einen gewissen Eigenstolz. Der Stolz fühlt sich dann schön oder richtig an, wenn man meistens Kompliment bekommt. Oder wenn jemand schätzt, was ein Chauffeur macht. Es geht mir eigentlich um das Kundenbild. Oder was für ein Bild, das der Kunde nachher von der Firma Ecker hat. Und wenn der Kunde zufrieden ist, dann bin ich auch zufrieden. So geht es! So geht es! So geht es! M nesse Bewegung! Es geht einfach! So geht es? Vielen Dank.